So, und damit herzlich willkommen zurück zu meinem... Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Let's Play von Amnesia. Ähm, ja. Ja. Ich hab, ungelogen, bestimmt noch eine halbe Stunde lang gesucht. Ich hab nichts gefunden. Und da hab ich mir ein kleines Videochen angeguckt. Und hier. Das hier. Das ist kein Regen, das ist kein Wasser, das ist Öl. Und da muss ich den Bottich draufstellen. Da. Oh. Ich glaub, das hätt ich nie gefunden. Halb gefüllt nur. Und jetzt können wir das Rädchen betätigen. Bös. Hallo? Richard und Eddie. Ich hab jetzt einen Fall, das ist nicht ein guter Moment. Du bist in Bellbore, ich weiß. Du solltest nicht wissen, das. Ich weiß, ich weiß. Aber hör, du brauchst meine... Wie du siehst? Du hörst, du wirst nicht lange in diesem Fall ohne mich. Du hast gesehen, die Spooks hier gesehen. Was, wie Ghosts? Wurz. Wurz. Eddie, du bist zu viel Erfahrung für ein Fall wie dieses Fall. Ich habe viel Erfahrung in diesem Fall. Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin hier aufgewachsen. Das war meine Familie. Ich weiß, dass ich alles von mir gesehen habe. Ich weiß, dass ich alles von mir gesehen habe. So far... Hey, it's been a while. But I remember the clue is, the handle that illuminates. Okay, Eddie, I'll work on it. Bye. Wait! I don't know if I can trust you, man. What now? Ah, the handle that illuminates, yo. The handle that illuminates. There must be a secret room around here. Cool. Drehend. Okay. Geräusche hat mir gar nicht gefallen. Irgendwie habe ich jetzt ein kleines bisschen Angst. Ha, aber... Nix passiert. Let's throw the box again. Cool. Nice. Okay. Äh, stelle ich nur zu an. Päh, my head. Mädchen. Nix drin. Ach ja, die kann ja alle aufmachen, oder was? Bleibt zu. Ich wage zu bezweifeln, dass hier was drin ist, aber man weiß ja nie. Äh, bleib weg. Okay. Das sieht scheiße aus. Nee, die öffne ich jetzt nicht. Nee. Hey, Niggaz-Dettel. Hm, und jetzt? Das bringt mir auch nicht viel. Schau mal hier die Wand. Wie bescheiden die aussieht. Hm, die Frage ist jetzt, wie komme ich da hin? Aha. Sieh mal eine Hand. Wunderbar. Ich weiß ja, manche Rätsel, die sind echt relativ einfach. Ich will das hier oben packen. Mensch. Hm. Ich krieg nix hier richtig auf. Das gibt's da nicht. Ja, natürlich, der Platz zum Verstecken ist soo. Da ist nix. 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 Aha. Acquired a key. Die Kinder spielen immer mit Feuer. Die Kuchen ist nicht wirklich ein Platz für die Kinder von diesem Alter. Ich habe eine Lauf an der Tür gemacht, damit sie sich nicht schuldigen. Für die kostenlosen Gründe habe ich die Karte in der Runde, damit sie mich finden können. Oh Gott. Das klingt nicht so begeistert. Aber... Was ist denn los hier? Ich habe wieder an... Ich mache auf... Upsa. Vorsichtshöber. Das Licht kurz hier hinten an. Oh, scheiß Wackelkontakt. So. Okay. Was ist das? Äh. Und das finde... Ist das Fog näher gekommen, Sir? Oder war mein Mindig einfach mit mir? Äh. Ah, ist schon wieder weg. Gut. Ne. Ich habe es auch gesehen, dass es näher kommt. Boah, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel überhaupt weiter aufnehmen kann. Weil mein Rechner... Komischerweise... Mag das Spiel anscheinend nicht. Ähm... Für den Ofen war das. Der Ofen ist hier oben. Und zwar ist der Ofen... Wow, wow, wow. Genau. Doch, hier. Ah, was soll denn im Ofen drinnen sein, bitte? Ich kann nicht so ausgehen, wenn ich das so ausgehen kann. Ich brauche den Ofen-Keyer, um den Hatch zu öffnen. Juuu. Ja. Warum sagt er dann? Schlüssel, nicht mit Feuer spielen, bla bla bla. Gib mir doch keine Hinweise dafür, dass... Wow. Dafür, dass es dafür ist. Hm. Was denn? Wohl ist. Okay, irgendwo war ja noch abgeschlossen hier. Glaube ich zumindest. Aber ich glaube nicht, dass der Schlüssel dafür ist. Ne. Das war ja auch ziemlich blöd und unnötig. War hier noch irgendwas? Wie ich das Geräusch mag. Ah. Das Glas in der Jara ist broken. Ah. Der Jara ist jetzt unnötig. Na gut. Ne, das war ja... Dafür ging es hier nicht. Dafür. Ich kann nicht, die ist deshalb... Ah. Hierfür. Nö. Das sind wahrscheinlich immer so... So. Abschnitte, wo die Geräusche erscheinen. Derzeit gewöhne ich mich dran. Ach, vielleicht hier hinten. Vielleicht hier. Kann ich nicht, das ist, das... Das, das, das... Nee, wie das. It's like that. War hier noch irgendwas? Nö. Das ist hier. Locked. Wo denn noch? Raus, glaube ich. Nicht, dass wir rausgehen müssen. Ha. Wofür ist der Kier? Der Kier ist wofür? Erzähl es mir. Wofür ist der Kier? Ach, das glaube ich nicht, dass ich den Kier hier irgendwie... Nein. Das wäre ja auch... Zu komisch gewesen. Hey, jetzt erzähl kein Scheiß. Das ist der Schlüssel hierfür. Hier. Ne, scheiße. Wo hab ich denn die Zange hingemacht? Da. Ach so. Danke. An ordinary key. Wofür der wohl gut ist? Jetzt mich verarschen. Es hört sich an, als ob es direkt neben hier hinter mir ist. Ne, hier war ja nichts. Oh. Reduce us- I'd own. This way. Which way then done? Maybe in here? Beer, beer, beer. Ohhhh Yo Oh Was haben wir denn hier schönes? Ganz viele Apparate Und jetzt Stromausfall Ohhhh Ich denke dieses Lager hat die Garten Ich kann etwas hören, wie man es bewegt Stimmt Sieht gedübt Jetzt haben wir die Monster und alles freigelassen Ich hätte gesagt, dass ich ihn gesehen habe. Ich muss dieses Garten aufrufen. Ich denke, das Garten benutzt ein Mechanismus, um zu öffnen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch mal rein und noch mal betätigen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Sicher? Woher willst du denn das wissen, Kollege? Ja wunderbar! Oh, der Nebel! Be more careful next time! Ja, willst du mich verarschen oder was? Wie soll ich denn da vorsichtiger sein? Ja, nee, ist klar! Wie soll ich denn da bitte vorsichtiger sein? Ist das Ding immer noch offen? Oder muss ich es erst wieder neu öffnen? Ja! 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 Wirst du mich verarschen oder was? Ach, da geht's runter! Ja! Ja, sag mir das doch mal einer! Mensch! Das sieht man doch nicht! Ich hoffe, dass das Level bzw. der Abschnitt, der jetzt kommt, nicht mehr so krass anstrengend für meinen Rechner ist. Weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Klapperkiste. Ja! 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 Das gibt es doch noch groß zu sagen! Krass! Ich hätte nicht gedacht, dass mein Rechner bei einem Amnesia Mod so spinnen würde! Das hätte ich echt nicht gedacht! Neugierende Verwaltung! Prämonition! Brämonition! 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 Er würde da 100 Pro verreken bei dem großen Sturz! Oh, mein Kopf. Oh, wir belassen es mal bei 75%. Dann nehm ich dir dein Täschchenlämpchen wieder, danke. So, der Stein hat mich zurückgestoßen. Was ist das denn? Hm. Da waren wir ja. Gibt's hier was? Nö. Komm. Ach, okay, geht nicht zu öffnen. Auch Knut. Okay. Hä? Was ist denn jetzt? Komm ich denn jetzt weiter? Oh, die Steine hier liegen aber extremst im Weg, du. Hä? Hä? Not all. Cool. Es ist hier. Es kommt. Hilfe! Es sieht mich. Es kennt mich. Nicht richtig. Ich sehe es. Es sieht mich. Ich weiß es. Es kennt mich. Es kennt mich. Es ist hier auch. Es geht mich. Es geht mich. Es geht mich. Cool. Trotzdem muss ich jetzt irgendwie weiterkommen. Hm. Ah, ah, ah. Ich... Ach so. Das ist ein Buch. Ich konnte doch den Schrank bewegen. Aha. Sieh mal. Okay. Sag doch gleich, dass ich nicht hier willkommen bin. Wir gehen natürlich durchs Spinnennetz. Das ist denke ich mal am sichersten. Da sehen wir gleich aus wie ein Geist. Ein Pilz. Ein Tottenkopf. Ich kann leider nicht schneller laufen. Auch wenn ich gerne würde. Äh. Sieht finster aus. Was ist das denn? So. Hm. Ich schätze mal, jetzt fängt es so langsam an. Wo auch... Mensterchen erscheinen, wollte ich sagen. Okay. Das ist Dynamit. Oh. War hier wirklich Dynamit? Ah. So ist das also passiert. Aha. Ah. Locked. Wo war der Untertitel? Was ist das eigentlich für eine komisch grelle Flüssigkeit da unten? Ach komm, das ist nicht locked hier. Da ist doch offen. Mann. Mann, halt. Mann, halt. Mann, halt. Da geht's hoch. Geht die Tür hier auf? Jo. Ach, zu viele Türen. Hallo. Oh Mann. Ihr seid gemein, ihr Erfinder von dem Speer. It's locked. It's nicht locked. Oh. 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 Oh, was bist du? Geh weg von mir. Nein. Oh. Geh weg. Ich mag dich nicht. Alter. Oh. Geh weg. Gehst du weg? Oh. Du bist gruselig. Kleines Mädchen. Boah, hier drinnen muss ich ja stinken, du. A blue, very dusty floppy disk. It's locked. Yes, sir. Gehen wir mal hier hoch. Hm. Ach, hier geht's direkt wieder runter. Äh, ich bin in dem Part jetzt erstmal hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch wieder mit dabei sein. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020